Hallo, ich bin Jöran Moosmeyerholz und wir drehen hier gerade einige Videos zum Thema Digitalisierung und Bildung. Unter anderem zur Frage, ob Digitalisierung ein großer Verstärker ist und was das mit der Bildung macht und was die Bildung damit machen kann. Das Ganze wird veröffentlicht demnächst auf dem YouTube-Kanal vom NLQ. Kann man jetzt schon mal abonnieren. Bis bald. Bis bald.